Es ist soweit, Leute. Das Center wurde verschoben. Wer hätte es gedacht? Im Community Crunch, der diese Nacht rauskam, steht es drin. Sie benötigen noch mehr Zeit und ein genaues Datum wurde ebenfalls noch nicht genannt. Demzufolge tippe ich persönlich mal ganz stark drauf, dass Center wahrscheinlich wohl erst ähnlich wie Scorch Earth kommen wird. Und Scorch Earth wird dann einfach nochmal nach hinten verschoben. Also, man ist es ja gewohnt und ich glaube nicht, dass da jetzt so viel eher eine neue Map kommen wird. Stattdessen werden wir am 28. den Gigantoraptor bekommen. Der wird dann schon auf Island spielbar sein. Und ja, way. Geil. Ich glaube nicht, dass das jetzt das Wett macht, was viele einfach erwarten. Und zwar eine neue Map und vor allen Dingen auch allgemein mehr Maps, dass man halt ein bisschen Vielfalt mal hat. Dass der Server-Transfer auch Sinn macht und so weiter und so weiter. Der Gigantoraptor wird uns dann einfach so als kleines Leckerli, sag ich jetzt mal, hingeschmissen. So nach dem Motto, ja, wir brauchen noch viel mehr Zeit. Hier habt ihr erstmal den Kram. Ja, keine Ahnung. Kann jeder halten, was er will. Gleichzeitig ist im letzten Community Crunch noch ein neues Dosier aufgetaucht. Über den Oasisaurus. Und das würde ich jetzt einfach mal kurz vorlesen. Ich habe es mal auf Deutsch ein bisschen übersetzt. Und da kann man schon mal drauf schließen, was eventuell mit dem Vieh wirklich möglich ist. Ich werde auch mal so zwei, drei Sätze dazu sagen, was ich denke, was am Ende umsetzbar ist. Wo soll ich bei Oasisaurus anfangen? Wie die meisten der einzigartigen Tiere, denen ich hier begegnet bin, fühlt sich diese fliegende Insel an wie etwas aus einer legendären Fantasie. Er ist so groß wie ein Titanosaurus, aber irgendwie kann er trotzdem der Schwerkraft trotzen. Das bedeutet, ich gehe ganz stark davon aus, er wird sich die Spawnpunkte wie ein Titanosaurus ungefähr teilen. Das heißt, er wird wahrscheinlich nur zweimal auf der Map auftauchen. Ich vermute, dass der Oasisaurus große Mengen an Vegetation auf einmal verzehrt, sodass eine Handvoll Bären nicht verlockend genug wäre. Mit einer Formschnittpflanze oder einem Topfstrauch kannst du besser um seine Zuneigung werben. Vorausgesetzt, du bist bereit, rivalisierende Verehrer von seinem Rücken zu vertreiben. Das finde ich sehr sass, ehrlich gesagt, weil womit füttert man ihn? In Ark gibt es ja jetzt keine, wie soll ich sagen, keine Beutel voller Bären, sodass es so 1000 Bären mit Eimer gibt es oder so. Wisst du, was ich meine? Also, es muss ja irgendwas sein, was viele Ressourcen beinhaltet. Also, vielleicht gibt man ihm tatsächlich Holzdecks oder so, aber das wäre auch irgendwie weird. Also, womit man ihn am Ende dann genau zähmt, mal schauen. Was ich hier viel interessanter finde, ist, es wird ja ein Dino als Plattform-Dino sein. Das heißt, er hat eine Hitbox. Und was bedeutet, auf ihm kann man kämpfen? Mich persönlich würde interessieren, was passiert, wenn man den tamt und jemand anderes läuft auf seiner Plattform rum. Du hast ja eigentlich gar keine Möglichkeit, den Gegner zu vertreiben, außer du schießt. Und wenn du... Wie soll ich das erklären? Wenn du, angenommen mit einer Shotgun schießt, und da landet nur eine einzige Kugel nicht auf deinem Gegner, sondern auf ihn selbst, auf dem Dino sozusagen, Machst du ihm ja sofort Damage damit, dann wird er ja aggressiv. Was passiert dann? Wisst ihr, was ich meine? Also, das ist eigentlich das, was mich am meisten interessiert, oder? Hat er auf seiner Plattform gar keine Hitbox? Schwieriges Thema. Könnte... Hm, mal gucken. Könnte chaotisch werden, sage ich mal. Die so herstreifende Oase trägt einen so fruchtbaren Boden auf ihrem Rücken, dass alles, was dort gepflanzt wird, gedeiht. Selbst wenn es praktisch ignoriert wird. Und dieser Rücken scheint genug Platz für eine kleine Nachbarschaft zu haben. Gut, das wissen wir ja schon, dass da wahrscheinlich eine Base drauf gebaut werden kann. Wahrscheinlich braucht man keinen Dünger für die Pflanzen, gehe ich jetzt fast davon aus. Oder es ist einfach nur ein ausgeschmückter Satz. Diese lebendige Landmasse wird ihre längerfristigen Bewohner ernähren. Diese Freundschaft ist die Zeitinvestition wert. Denn die bevorzugten Bewohner halten Zugang zu einem Pool mit Warf wundersamen Eigenschaften. Zunächst einmal heilt sein erholsames Wasser die Badenden von fast allen Krankheiten und Gepreschen. Also, ist einfach eine Heilung für euch. Und das Unglaublichste ist, dass die Quelle eines Oasisaurus ihre verlorenen tierischen Freunde wieder zum Leben erwecken kann. Ob durch transzendale Magie oder durch Zugang zu den geheimnisvollen Technologien dieses Arks. Ich habe gesehen, wie ein gefallenes Tier zu neuen Leben erweckt wurde. Indem man seine Essenz in diesem verjüngenden Pool gab. Das finde ich sehr, sehr interessant. Wahrscheinlich wird man sowohl seine Dinos wie eine Art Backup dort hochladen können. Und sollten sie sterben, kann man sie sich wiederholen. Was das am Ende kostet. Wahrscheinlich wird das mit Element bezahlt oder so. Also wäre zumindest vom Logischen her noch das Sinnvollste. Weil wenn du dem irgendwie 10 Bären gibst, damit du deinen T-Rex Level 300 oder so wiederbeleben kannst, wäre es irgendwie nicht so geil. Aber wahrscheinlich kann man dort, ja wie eine Art Arc, sag ich mal, deinen Dino hochladen. Wenn der jetzt stirbt, ist er dort gebackupt. Ist vielleicht wieder holbar irgendwie. Sehr interessant. Klingt für mich aber auch so, als würde jeder ihn brauchen. Was im Umkehrschluss bedeutet, wenn diese Kreatur auf Scorch Earth kommt, wird Scorch Earth wohl eine sehr wichtige Map sein. Denke ich jetzt einfach mal. Weil, also rein aus PvP Aspekt, finde ich den doch sehr, sehr heftig dann. Beim PvE ist das Bauen, denke ich mal, im Vordergrund. Aber im Großen und Ganzen klingt das sehr, sehr wild. Ja, viel mehr gab es jetzt hier in der Community Crunch eigentlich auch nicht. Es gab dann halt noch ein kleines Video über die neuen Mods. Können wir uns gerne mal gemeinsam angucken. Jetzt halt wieder ein paar Cosmetics, ne? Das hier finde ich eigentlich ganz witzig, dieser Dodo-Skin. Das ist schon ganz lustig, muss ich sagen. Los Angeles Also geht das schon mal. die otters sind halt schon cute die haben halt schon was aber es ist halt wieder eine mod so viele leute haben eine abneigung gegen mods und es ist immer so schwierig mods irgendwo drauf zu laden oder nicht weil sie halt auch probleme mit sich bringen es sehr 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 schwierig immer abzuwägen welche mods man wirklich auf dem server lässt aber prinzipiell finde ich halt erst mal mega cute für den waffen ganz kurz das finde ich tatsächlich sehr interessant ehrlich gesagt ich glaube die werde ich mir auch einfach mal angucken ob das jetzt nur skins sind oder ob das am ende halt wirklich richtige waffen sind die auch eine andere schuss die anderes schussverhalten haben und so weiter weil ja ich weiß nicht ich persönlich finde die normalen arg waffen die sollten schon lange mal ein bisschen überarbeitet werden keine ahnung die irgendwie ich weiß nicht die assault rifle zum beispiel die ist eigentlich eine waffe die spielt eh keine sau und die kann gut und gerne eigentlich mal komplett ersetzt werden so das einzige was halt wirklich gespielt hat gespielt wird ist die 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 automatik shotgun die fabricated sniper und halt die normale flinte alles anderes halt maximal nutzlos und wird eigentlich nur gespielt wenn man nichts besseres hat und ansonsten ist das halt voll sinnlos da finde ich es echt cool wenn es mal alternativen geben würde ja bei den zebra keine ahnung das finde ich immer sehr sehr schwierig wenn man sich solche kompletten mods halt holt wo im endeffekt nur ein tier umgestaltet wird also eine mod die sich komplett auf ein einziges tier spezialisiert ist immer sehr schwierig weil es ist eben eine komplette mod sie nimmt den kompletten mod slot weg halt eine komplette also es ist ein slot mehr den die leute sehen wo sie denken so viele mods obwohl die mod im grundbetrieb eigentlich ja nur auf ein dino zugreift und gar nicht so viel verändert aber soweit denken viele leute halt nicht die sehen im endeffekt immer nur es ist wieder eine mod und wenn du sagst jetzt mal 100 dieser mods hast auch wenn es am ende alles cool aussieht du hast jetzt 100 dinos und für jeden dinos eine einzelne mod das heißt die einzelnen mods greifen auf gar nicht so viel inhalt zu aber in der gesamtmasse wirkt das halt so krass erschlagend was leute extrem triggert gar nicht aus dem server zu joinen also rein aus dieser perspektive ist es immer sehr sehr schwierig wenn man auf wenn man mods auf dem server holt die halt nur einen teil um ändern ansonsten würde ich eher immer auf sowas gehen wie mit den set varianten weil es einfach mehrere dinos mit einmal angreift und halt als einzige mod gilt finde ich persönlich dahingehend ein bisschen besser ehrlich gesagt aber das ist halt so meine persönliche meinung ne ja viel mehr gibt es so in den community crunch eigentlich nicht zu sagen ich finde es schade dass center verschoben wird muss ich ganz ehrlich sagen aber es war auch irgendwie klar ich habe nicht damit gerechnet dass es ende des monats noch auskommt dafür kam einfach viel zu wenig infos bisher oasisaurus interessiert mich immer noch sehr sehr stark und der giganto raptor kannst ehrlich mir sagen scheißegal weil ich bin mittlerweile echt genervt von island ich kann diese map nicht mehr sehen die fackt mich des todes ab und ja mal schauen mal schauen wie lange es dauert bis center wirklich rauskommt und ihr könnt gerne mal in die kommentare schreiben was ihr davon haltet vor allen dingen interessiert mich eigentlich viel mehr was haltet ihr von dem oasisaurus denkt ihr das wird ein übster game changer oder meint ihr es ist eher so wie soll ich sagen wie der titanosaurus hemmt sich im endeffekt eh niemand außer die leute die halt wirklich hardcore bock haben jetzt denen eine gegnerische base zu jeaten oder denkt ihr der ist essentiell wichtig aufgrund der fähigkeit dass er halt dinos wahrscheinlich wiederbeleben kann und es wird sich sehr viel darum geprügelt ja schreibt gerne mal in die kommentare was ihr davon haltet ich verabschiede mich an der stelle haut rein bis zum nächsten video tschau tschau